Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mein Name ist Sebastian und ich berichte euch über unsere Umfrage zum Thema Mediennutzung an unserer Schule Unsere Umfrage hat ergeben, dass 100% der Befragten Schilder ein Handy besitzt 97% davon sind angemeldet Beziehungsweise andere Produkte Unser nächster Musikballmann Hallo, mein Name ist David Zum Thema Facebook hat die Umfrage ergeben, dass 100% der Befragten Schüler ein Facebook-Konto besitzt Die meisten haben zwischen 200 bis 1000 Freunde YouTube ist eine Musikplattform, die immer häufiger, auch von unseren Schülern genutzt wird 90% der Befragten Schüler verwenden sehr oft die Plattform Jedoch nur die Hälfte ist angemeldet Und zu der Frage Kennst du Yamendo? Antworteten 90% mit Nein Yamendo ist eine freie Musikplattform, die in unserer Sendung verwendet wird David, Sebastian und Raphael Auf Wiederhören Ich hoffe, das war's Gratuliere Bravo Ja, ich freue mich noch Ja, ich freue mich noch